Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich komme jetzt endlich mal dazu, ein Video zu drehen, was ich so schon länger geplant hatte, bis jetzt aber irgendwie nie geschafft habe zu drehen. Und zwar soll das heute ein Full Face mit meinen teuersten Produkten sein. Ich habe das bei einigen anderen YouTubern schon gesehen, aber auch schon vor längerer Zeit und fand es eben immer spannend, weil man oft die Preise von den Produkten gar nicht mehr im Kopf hat. Und beim Rausschreiben bin ich bei manchen Sachen ganz schön geschockt gewesen, wie teuer sie doch waren. Aber ja, ich werde euch zu jedem Produkt natürlich den Preis sagen und aber auch nochmal den Gesamtpreis dann am Ende, also was sozusagen das ganze Gesicht dann gekostet hat. Ja, ich würde sagen, ich starte mal. Als Primer habe ich von GERLA den Lore Primer schon aufgetragen, damit er auch schon einziehen kann. Der kostet um die 55 Euro, je nachdem, wo ihr den eben bestellt. Ich habe für meinen, glaube ich, so um die 53, 54 Euro gezahlt. Genau, ihr seht, der ist schon gut aufgebraucht. Ich habe davon auch noch ein Backup in meiner Primer Schublade, weil ich den hier unglaublich gerne mag. Er ist zwar parfümiert, aber ich finde den Geruch sehr, sehr angenehm. Also ich mag den Geruch einfach, ich verbinde damit auch Erinnerungen, einfach weil ich den auch in den Urlaub und so zum Beispiel immer mitnehme. Und ja, also ihr seht auch, dass er so kleine, eigentlich ist es eine klare Base und er hat aber so kleine Goldpartikel mit drinnen. Er fühlt sich unglaublich gut auf der Haut an, gerade bei mir für trockene Haut, finde ich, funktioniert er ganz gut. Er ist so ein bisschen sticky. Dadurch hält natürlich dann auch die Foundation sehr, sehr gut. Und ja, ich glaube, das heißt schon alles, dass ich den so weit aufgebraucht habe und schon ein Backup habe, obwohl der so teuer ist, dass ich den wirklich gut finde. Dann machen wir mal weiter mit Foundation und zwar habe ich davon Hourglass, den Vanish Foundation Stick. Der kostet auch je nachdem, wo ihr euch den kauft, so zwischen 45 und 50 Euro. Schon relativ teuer für eine Foundation, finde ich. Ja, ich habe die Farbe Porzellan. Auch an dem hängen so ein bisschen meine Erinnerungen, weil ich den gemischt mit der Born This Way Foundation von Too Faced an meiner Hochzeit getragen habe. Und obwohl es draußen über 30 Grad hatte, hat der in der Kombination mit der anderen Foundation wirklich den ganzen Tag gehalten. Also auch einer meiner absoluten Favoriten, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich für meine trockene Haut sonst nicht so gut mit Stick Foundations klarkomme, weil die meistens sehr austrocknend eben sind. Aber die Foundation hier funktioniert wirklich super bei mir. Ja, ich würde sagen, wir geben sie uns mal auf. Ist natürlich auch sehr einfach so zum Aufgeben und auch, muss man ja dazu sagen, sehr reisefreundlich. Wenn ihr die so mitnehmt, ist es natürlich oft ein bisschen einfacher zum Verreißen, als wenn ihr jetzt so eine Glasflasche mit flüssiger Foundation mitnehmt. Deshalb ist das natürlich auch was Gutes zum Verreißen. Ich habe sie jetzt aber schon länger nicht mehr benutzt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bei Foundations so bin, wenn ich gerade mit einer so gut zurechtkomme, benutze ich eigentlich immer die gleiche, komischerweise. Und vergesse so alle anderen Foundations ein bisschen. Und deshalb freue ich mich jetzt, die auch mal wieder auszutesten. Von der Farbe her passt sie auch gut, würde ich jetzt sagen. Und ihr seht ja auch, wie einfach die sich hat ausblenden lassen. Das ist ja auch oft das Problem bei Stick Foundations, dass man da echt viel Arbeit reinstecken muss. Aber ihr seht, das ging wirklich sehr, sehr einfach. Die Foundation hinterlässt ein mattes Finish, was aber eben trotzdem, also trotz dessen, dass ich natürlich so eine trockene Haut habe, sehr, sehr schön auf meiner Haut liegt. Also ja, der Vanish Stick oder die Vanish Stick Foundation von Hourglass kann ich auch für trockene Haut empfehlen. Und wie gesagt, also die hält euch wirklich sehr, sehr lange. Ist mit einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Doch kommen wir dann zu meinem teuersten Concealer. Und das ist einer, den ich tatsächlich so noch gar nicht ausprobiert habe. Das ist der Huda Beauty The Overachiever Concealer. Genau, der kostet 29 Euro. Ist damit der teuerste in meiner Sammlung. Und soll eben ein High Coverage Concealer sein. Ich bin sehr gespannt, ob der für mich funktioniert, weil ich unter dem Auge eben schon trockenere Stellen auch habe. Und ja, ich habe die Farbe Marshmallow 02B. Der kommt mit so einem Kopf. Hier seht ihr, dass er einmal benutzt wurde, aber nur zum Swatchen in meinem Concealer Video, also auf der Haut, so unter dem Auge, habe ich den noch gar nicht getestet. Deshalb, ja, bin ich schon sehr gespannt. Ich würde sagen, ich trage ihn mir jetzt einfach mal auf. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man davon benutzen muss, wenn das so ein High Coverage Concealer ist. Mal schauen. Vielleicht war das auch schon zu viel. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie der sich so unter meinen Augen verhält, weil gerade bei so High Coverage Concealern habe ich öfters mal Probleme. Zum Beispiel beim Tarte Shape Tape, der ja auch sehr, sehr deckend ist, habe ich im Winter eben Probleme, weil da einfach zu trocken unter meinen Augen ist. Und da bin ich doch jetzt echt mal gespannt. Er lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr einfach ausblenden. Ist auch die richtige Farbe jetzt für mich, hätte ich gesagt. Ja, so aufs erste Einarbeiten sieht er gar nicht schlecht aus. Jetzt muss ich mir das aber nochmal genauer im Spiegel angucken. So, auf den ersten Blick liegt er jetzt eigentlich ganz gut unter meinem Auge, muss ich sagen. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, wenn ich ihn sette, wie er sich dann verhält. Und zwar habe ich dafür auch ein Puder von Huda Beauty. Das ist das Easy Bake Loose Baking und Setting Powder. Das ist das teuerste lose Puder in meiner Sammlung und kostet 30 Euro. Genau, ich habe die Farbe Sugar Cookie. Ich meine, dass das die hellste Farbe ist. Auch das Puder habe ich noch nicht in meinem Gesicht ausprobiert und bin schon sehr gespannt. Ich glaube, ihr seht jetzt hier gerade eine Puderwolke. Uh, ja, mal abwarten. Also es ist sehr, sehr fein gemahlen. Es hat so ein kleines Netz auch hier drin. Und jetzt würde ich sagen, sette ich das einfach mal. Was mir natürlich sofort auffällt, ist, dass es schon relativ stark parfümiert ist. Der Concealer war jetzt gar nicht parfümiert, aber bei Huda Beauty Produkten ist es eigentlich fast schon normal, dass sie sehr doll parfümiert sind. Ja, also dafür sind ihre Produkte eigentlich so mit bekannt, dass sie sehr, sehr stark eben immer parfümiert sind. Aber das Puder ist wirklich sehr, sehr fein gemahlen, muss ich sagen. Ihr habt dann bei dem Puder auch immer noch so eine Kappe, die ihr wieder hier draufsetzen könnt. Hoppla, der nächste Pudersturm. Damit es eben besser verschlossen ist. Genau. Es ist sehr, sehr groß. Also zum Verreißen weiß ich jetzt nicht, ob ich dieses Riesending mit einpacken würde. Aber, ja. Aber so muss ich sagen, hat das wirklich den Concealer sehr, sehr schön gesettet. Also, ich weiß nicht. Ihr könnt es auch sehen. Es sieht sehr, sehr smooth unter dem Auge aus. Also, ich kann jetzt nicht erkennen, dass es sich schlecht verhält. Klar, kann es sein, dass es am Ende von dem Video, weil es ja ein Full Face ist und dann doch ein bisschen länger dauert, nicht mehr so schön alles auf dem Gesicht liegt. Da werde ich euch aber am Ende des Videos einfach nochmal mit updaten dann. Aber so, der erste Eindruck vom Concealer und auch vom Puder ist sehr gut, muss ich sagen. Also, liegt wirklich schön unter dem Auge. Dann kommen wir zu meinem teuersten gepressten Puder und zwar ist das von MAC. Das Mineralize Skin Finish in der Farbe Light. Das kostet 36,50 Euro und ist damit mein teuerstes Puder, was so gepresste Puder angeht. Genau, das mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich auch schon des Öfteren getestet und benutze es sehr gern, um meine Foundation zu setten. Ja, also da bin ich sehr, sehr zufrieden. Deshalb, dazu kann ich euch dann auch nur Positives sagen. Also, das Puder benutze ich wirklich schon öfters. Und dann habe ich aber noch ein weiteres Puder, was so ein Zwischending zwischen bloßem und gepresstem Puder ist. Und zwar sind das die Meteorits von Gönner. Die habe ich mal von meinem Mann geschenkt bekommen. Die sind wunderschön, wirklich. Und da habe ich die Farbe 2 Light. Die sehen so aus. Das sind so ganz schöne, bunte Perlen, die eben so den Hautton ein bisschen ausgleichen sollen natürlich und aber auch so einen gewissen Schimmer mit ins Gesicht bringen. Ja, ihr glaubt es nicht, wie viel die Dinger kosten. Also, die kosten so um die 57 Euro, was echt sauteuer ist. Und ich muss auch sagen, ich hätte mir die persönlich nie selber gekauft. Aber mein Mann war so nett und hat mir die in den Adventskalender mal reingepackt. Und ja, ich freue mich natürlich drüber, weil ich zu geizig gewesen wäre, sie mir alleine zu kaufen. Und da geht ihr einfach auch mit dem großen Puderpinsel so ein bisschen rein. Auch das ist eine sehr pudrige Angelegenheit. Und das gibt man dann einfach nochmal so ein bisschen übers Gesicht drüber. Ja, hat wie gesagt so eine ausgleichende Wirkung und bringt halt einfach ein bisschen Schimmer mit ins Gesicht. Noch so einen ganz leichten, dezenten Glanz, der aber sehr schön ist, finde ich. Also, ihr seht es hier so ein bisschen. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Die Dinger sind natürlich, ja, seien wir mal ehrlich, es ist Gola. Die sind unglaublich doll parfümiert. Und wenn ihr da sehr empfindlich seid, dann ist das natürlich nichts für euch. Ich würde jetzt auch sagen, dass man die Dinger nicht braucht. Das ist eigentlich eher so ein Gimmicky-Item. Aber es sieht natürlich unglaublich schön aus, ne? Und ja, das ist jetzt auch mal die Gelegenheit, sie zu benutzen. Dann kommen wir mal zu meinem teuersten Bronzer. Und zwar ist der von Marc Jacobs. Der kostet so um die 46 Euro. Das ist der Omega Bronzer in Tantastic. Ich glaube, den kennt fast jeder von euch, weil das eben mit einer der gehyptesten Bronzer ist, die es so gibt. Ja, ist unglaublich schön. Ich habe ihn schon ein paar Mal benutzt, obwohl ich ja persönlich nicht so der Bronzer-Fan bin, sondern lieber Konturfarben mag. Oder halt Bronzer, die kühlerstichig sind. Und der ist natürlich schon relativ warm. Vom Geruch her riecht er so ein bisschen Kokosnuss-mäßig. Was nicht so ganz meins ist, falls ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr das. Aber hier stört es mich nicht ganz so doll. Ja, es ist nicht so extrem. Aber an sich ein sehr, sehr schöner Bronzer. Und den würde ich jetzt einfach mal ein bisschen aufgeben. Ich weiß noch, der war anfangs ja mal eine Limited Edition. Und als er dann wieder zurückkam sozusagen, sind ja alle total durchgedreht. Und ich mit drunter, weil ich den unbedingt testen wollte. Weil halt so viel Positives darüber gesagt wurde. Da lässt man sich dann doch auch mal mitziehen. Und ich hatte damals das Glück, ihn direkt zu bekommen, dann als er nochmal released wurde. Und ja, dann wurde er ja glaube ich nochmal released. Also es war ein Durcheinander, aber ich hatte zum Glück, Glück, ihn beim ersten Mal, als er wieder zurückkam, zu bekommen. Ja, und war da auch ganz fröhlich drüber. Obwohl ich ihn jetzt so wenig benutze, bin ich trotzdem froh, ihn in meiner Sammlung zu haben. Weil er eben von der Farbe her auch sehr, sehr gut zu mir passt. Er ist nicht so dunkel. Also ist auch für helle Häutchen eben sehr gut geeignet. Und wenn ihr wirklich was zum Bronzen der Haut wollt, also was euch ein bisschen die Haut aufwärmt, ihr seht es ja gut. Also das funktioniert mit dem Bronzer natürlich super. Er ist nicht orange-stichig, was oft bei warmen Bronzern ja dann so das Problem ist. Sondern er ist wirklich sehr, sehr schön von der Farbe und passt auch gut zu hellen Häutchen. Ja, also den Marc Jacobs Bronze hier kann ich euch empfehlen. Hoppla. Und er ist natürlich auch unglaublich schön von der Verpackung. Es ist halt einfach was ganz Schlichtes, muss ich sagen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also es muss nicht immer so bougie, auffälliges Packaging sein, sondern so was Schlichtes ist manchmal doch schöner. Finde ich. Aber ja. Und ich glaube, ihr konntet auch ganz gut sehen, dass der wirklich gut für meine Haut auch funktioniert. Also falls ihr so hell seid wie ich, ist das mal ein Bronzer, der wirklich schön auf unserer hellen Haut liegt. Kommen wir mal zu meinem teuersten Blush. Und da habe ich einen von Dolce & Gabbana. Den habe ich noch in seinem Täschchen gelassen. Und der ist auch was ganz Besonderes. Den hat mir auch mein Mann geschenkt. Ihr seht, mein Mann unterstützt mich gut in meiner Make-up-Sucht. Ja, worüber ich auch sehr froh bin, dass er mich da unterstützt. Er unterstützt mich auch beim Videos drehen, hat alle meine Hintergründe für meine Thumbnails gebastelt. Also ja, da kann ich mich schon glücklich schätzen. Ja, den habe ich auch im Adventskalender drin gehabt. Und zwar ist das eine Limited Edition gewesen, die wir in Dubai entdeckt hatten. Und ich war damals auch zu geizig, um sie mir zu kaufen. Und mein Mann ist unbemerkt dann nochmal zurückgehuscht und hat ihn für mich gekauft. Worüber ich mich sehr gefreut habe natürlich. Der sieht von innen so aus. Und ja, so auf den ersten Blick, man darf sich nicht davon trügen lassen, weil das Dunkle und auch das Helle ist nur so ein Glitzer-Overspray. Das heißt, wenn man da mit dem Pinsel reingeht, bleibt nur noch diese Farbe hier übrig. Deshalb benutze ich den auch nicht so häufig. Ich glaube, ich habe ihn bis jetzt nur einmal benutzt, weil ich einfach dieses Overspray auch nicht gehen lassen möchte, was ja so ein bisschen wie so eine Rose aussieht. Aber wir benutzen ihn heute. Es ist ja auch schade, wenn man Produkte gar nicht benutzt. Ja, gerade so Overspray-Sachen sind eigentlich nicht so ganz meins, weil entweder es ist schade, das Produkt zu benutzen, weil man es halt nicht gehen lassen will, das Overspray. Oder gerade in dem Falle dieses Dunkle natürlich ist jetzt auch nicht unbedingt der Farbton, der auch für meine Haut passend ist. Gerade vor allem, weil es halt nur so ein Glitzer-Ding ist. Und ja, dann passt das so auch nicht. Also eigentlich müsste man das Overspray sozusagen runterkratzen, um wirklich den Ton zu bekommen, den man gerne möchte. Und zwar ist es das Pink halt, ne? Ja, vom Packaging aber unglaublich schön. Und ihr seht auch, dass der gut pigmentiert ist. Ich muss das jetzt gleich noch ein bisschen besser ausblenden, weil es jetzt schon sehr doll ist. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Blush. Und ja, ich bin froh, ihn zu haben. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, was er kostet. Er liegt so zwischen 50 und 60 Euro. Ja, Dolce & Gabbana ist schon teuer, auch was Make-up angeht. Und ich glaube, ihr könnt jetzt verstehen, warum ich zu geizig war, ihn zu kaufen. Und mein Mann verwöhnt mich halt damit. Ja, ich bin sehr froh, dass ich ihn habe auf jeden Fall. Den Blush und meinen Mann natürlich. Dann mache ich mal weiter mit meinen teuersten Highlighter-Produkten. Und zwar habe ich da einmal von Hourglass wieder den Vanish Stick in Champagner Flash. Also die haben auch so Highlighter-Sticks. Genau, den mag ich auch sehr gern. Aber da ich mein Gesicht jetzt schon gesettet habe, werde ich kein Creme-Produkt benutzen. Weil ich Angst habe, dass mir das vielleicht die Foundation oder so wieder abhebt. Und deshalb nehme ich meinen teuersten gepressten Highlighter. Der kostet 38 Euro und ist von Fenty Beauty. Der Vanish Stick kostet übrigens 46 Euro, was schon sehr teuer ist. Aber ja, wir benutzen jetzt den von Fenty Beauty. Das ist der How Many Carrots. Genau, ist so ein bisschen so eine Putty-Texture. Und ist ein außergewöhnlicherer Highlighter, weil er eben sehr, sehr glitzerig ist. Also falls ihr auf natürliches Highlight steht, ist das hier absolut gar nichts für euch. Weil das wirklich so einen richtigen Glitzersturm auf euer Gesicht bringt. Und deshalb werden wir das jetzt auch testen. Ich gehe mit einem Pinsel rein. Ich habe ihn, glaube ich, nur einmal getragen. Weil er schon eher für besondere Anlässe ist, meiner Meinung nach. Durch das, dass er so glitzerig ist. Ich bin ja oft eher so ein Fan von so, zwar leuchtendem Highlight, aber halt jetzt nicht so extrem. Und der hier ist ja schon eigentlich pures Glitzer, was ihr euch da so auf die Wangen gebt als Highlight. Aber da es halt mein teuerster Highlighter ist, benutze ich den jetzt. Und gekauft habe ich ihn mir eigentlich eher wirklich für so spezielle Anlässe. Wenn man mal vier Glitzer auf den Wangen tragen möchte. Ja, ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen. Also, es ist schon gröberes Glitzer und es ist jetzt kein natürliches Highlight, sondern es ist halt pures Glitzer. Also, wenn man den jetzt so mit dem Finger swatcht, seht ihr auch eigentlich eher Glitzerpartikel und jetzt nicht so einen extremen Glanz. Es ist ein cooler Highlighter, auf jeden Fall. Aber es ist wirklich Geschmackssache. Ich bin trotzdem froh, dass ich ihn in meiner Sammlung habe. Einfach, weil es mal was Außergewöhnliches ist. Und gerade für so spezielle Anlässe finde ich ihn eigentlich wirklich schön. Ich würde sagen, es ist Zeit, das Gesicht zu setten. Und dafür habe ich den Toucher Luminous Dewy Skin Mist. Der hat so um die 48 Dollar gekostet damals. Also, grob 45 Euro, würde ich sagen. Ja, unglaublich gehypt. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan, weil mir der Geruch einfach nicht so gut gefällt. Und weil ich jetzt für den Preis nicht erkennen kann, was dieses Setting Spray so unglaublich tolles macht. Also, da habe ich auch andere, die für mich genau das Gleiche machen. Deshalb, ja. Ich habe ihn mir aber gekauft, als wir in den USA waren, weil ich ihn halt unbedingt ausprobieren wollte. Und wir hier in Deutschland kommen da ja nicht dran an Toucher. Deshalb gebe ich ihn jetzt halt einfach mal auf. Okay, so. Er riecht sehr gräuterig, falls ihr den Geruch nicht kennt. Ein bisschen wie so ein Spa-Geruch, muss ich sagen. Da ich aber lieber fruchtige Töne gerne mag, ist das jetzt nicht so ganz meins. Klar, er macht wirklich einen Dewy Finish. Ihr seht das auch. Also, er ist jetzt kein mattes Setting Spray. Er heißt ja auch Dewy Mist. Sondern er macht wirklich so einen schönen, natürlichen Glanz auf der Haut. Dafür ist er wirklich sehr, sehr gut. Aber ich finde, 48 Dollar für ein Setting Spray ist halt schon heftig. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal nachkaufen würde. Ich glaube eher nicht. Aber ich probiere natürlich gerne immer Neues aus. Und hätte es bereut damals, wenn ich ihn mir nicht mitgenommen hätte, um zu testen. Ich würde sagen, dann mache ich mir mal meine Augenbrauen. Die mache ich aber nicht vor der Kamera, sondern da brauche ich meine Zeit. Ich zeige euch aber die Produkte. Und zwar habe ich von Fenty Beauty einmal den Augenbrauenstift. Der ja so ein ganz, ganz schmales Bürstchen hat. Äh, Bürstchen. So eine Pinsel, also eine Spitze halt. Und der dieses witzige Augenbrauenbürstchen hat. Den habe ich bis jetzt noch nicht getestet. Und freue mich deshalb auch drauf, ihn mal auszuprobieren. Gerade wegen dem Bürstchen. Und der Stift kostet 18,95. Und dann habe ich noch einen Browsetter von Benefit. Der kostet 25 Euro. Habe ich schon des Öfteren benutzt. Funktioniert auch gut bei mir. Ja, aber 25 Euro für so ein Augenbrauengel finde ich schon heftig, muss ich sagen. Vor allem, weil ich sonst mein Essence Augenbrauengel benutze, was glaube ich so um den Euro kostet. Äh, ja, ist schon eine große Preisspanne im Vergleich dazu. Das sind dann die fertigen Augenbrauen. Ich muss sagen, der Stift hat sehr gut funktioniert. Also, anfangs dachte ich, oh, der ist aber ein bisschen arg hell. Aber wenn ich jetzt so gucke. Das war, glaube ich, Dark Ash Blonde. Ja, genau. Der funktioniert wirklich sehr gut für mich, muss ich sagen. Auch das Bürstchen ist schön, so zum Durchgehen. Es sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber man kann damit wirklich gut die Augenbrauen machen. Den finde ich auch gut. Ist er jetzt wirklich das Geld wert? Weiß ich nicht. Ich finde auch den Augenbrauenstift an sich teuer, aber er funktioniert wirklich gut und die Farbe passt auch perfekt so zu meinen Haaren. Also, ja, die Kombination gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Als Lidschatten-Base habe ich wie immer meinen Paint Pot in Soft Ochre benutzt von MAC. Ich meine, der kostet so zwischen 20 und 25 Euro. Ja, den benutze ich jedes Mal und ist mit einer meiner Lieblingsprodukte. Ohne den könnte ich auf jeden Fall gar nicht mehr leben. Deshalb, ja, der wird immer gut aufgebraucht bei mir, ihr seht. Und wenn der leer ist, werde ich mir auch genau den wieder nachkaufen. Es ist Zeit für Lidschatten und zwar habe ich da von Pat McGrath eine Palette. Die habe ich in der Umverpackung gelassen, weil die halt einfach unglaublich schön ist. Und wenn ihr das dann so aufklappt, liegt da drin eben die Palette. Das ist die originale Mothership-Palette, also die Nummer 1. Und das Packaging allein ist so unglaublich hochwertig. Es ist so schwer, wenn ihr das in der Hand haltet. Die Verpackung außenrum ist wunderschön und ja, die Töne sind schon speziell. Ich habe mir die kühle Palette ausgesucht, weil ich kühle Töne sehr, sehr gerne mag. Und die hat mich einfach sehr angesprochen. Die Lidschattenpalette kostet 125 Euro. Ja, sehr teuer. Und sie ist neben den Natascha Denona Paletten das teuerste Stück in meiner Sammlung, so als Einzelpreis. Deshalb würde ich sagen, benutzen wir die. Es hat sich auch eine Zuschauerin damals gewünscht, dass ich die mal benutze. Und jetzt komme ich endlich dazu. Ich habe sie natürlich privat schon des Öfteren benutzt und finde sie unglaublich gut auch. Und ja, ich liebe die Palette einfach, weil es genau mein Farbschema ist. Ihr habt bei Natascha Denona immer so Topper Shades. Und ich glaube, ihr könnt ganz gut erkennen, was hier auch eben das Außergewöhnliche ist. Wenn ihr es so im Licht seht, ist der Ton blau. Und wenn ich es dann so drehe, dann geht er in so ein Pink-Lila über. Und dafür ist Natascha, sage ich die ganze Zeit Natascha Denona, ich meinte Pat McGrath. Dafür ist Pat McGrath sehr bekannt, auch für diese Topper Shades. Genau, also das sind so ihre Geheimwaffen in den Paletten auch. Ja, das ist auch das einzige Produkt, was ich von Pat McGrath habe. Ich will mir auf jeden Fall noch weitere Paletten kaufen. Aber die Palette zu kaufen ist für mich eben mit dem Erlebnis verbunden, weil sie halt einfach so teuer ist. Und weil man Pat McGrath noch nicht so lange bei uns in Deutschland auch bekommt. Ich habe mir die damals in London gekauft, bei Selfridges. Die haben nämlich schon länger Pat McGrath. Und das war für mich einfach ein Erlebnis, die zu kaufen. Ich meine, man gibt nicht immer so viel Geld aus. Und für mich war das einfach damals was ganz Besonderes, mir die zu kaufen. Und ich möchte das auch weiter so halten, dass ich solche Paletten eben mit einem Erlebnis verbinde. Und dann mit einer schönen Erinnerung kaufe sozusagen. Und bei der muss ich halt jetzt dann immer an London denken. Und so möchte ich es auch beibehalten bei so teuren Produkten. Ja, weil das für mich auch nicht selbstverständlich ist. Ich würde sagen, ich starte mal und gehe in diesen Ton hier. Das ist so ein richtig schönes, kühles Braun. Und den gebe ich mir jetzt erstmal über das ganze Lid einmal, um die Lidschattenbase so ein bisschen zu setten. Einmal so drüber. Der Ton ist nämlich relativ hell auch, muss man sagen. Und ihr seht, damit lässt sich das gut setten in so einer ganz leichten Schicht, weil ich einfach nicht gerne mit einer feuchten Lidschattenbase arbeite. Gut. Wir nehmen jetzt den Ton nochmal und bauen den so ein bisschen in der Lidfalte noch mehr auf. Um hier einfach noch ein bisschen mehr Farbe damit raus zu kristallisieren. Ja, was ist denn euer teuerstes Produkt in eurer Make-up-Sammlung? Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Also das interessiert mich. Bei mir ist es wie gesagt, neben den Natasha Denona Paletten, neben den größeren, die ja auch so um den Preis kosten, eben diese Pat McGrath Palette vom Einzelpreis. Und ja, mit der verbinde ich halt einfach total viel, muss ich sagen. Das ist für mich einfach auch ein Luxus, sich sowas überhaupt leisten zu können. Und ich verbinde das einfach immer gerne mit Erlebnissen. Und die habe ich mir halt gekauft, als wir in London waren, letztes Jahr. Nein, doch, letztes Jahr, Anfang 2020. Als noch alles relativ normal war. Und da waren wir in London über meinen Geburtstag. Das hatte mir mein Mann geschenkt, weil London einfach meine absolute Lieblingsstadt ist. Und ja, wir hatten eine unglaublich schöne Zeit, wie immer dort. Und da habe ich mir dann die Palette hier gekauft. Als Erinnerung sozusagen daran. Und damit verbinde ich jetzt immer unseren schönen Trip nach London. Das hat auf jeden Fall so gut funktioniert. Und dann würde ich in den dunkelbraunen Ton hier gehen. Wir machen heute einen relativ einfachen Look, weil das Video schon lang genug ist. Und ich swatch euch aber natürlich alle Töne am Ende noch. Damit, falls ihr überlegt, ob ihr so viel Geld für die Palette auch ausgeben möchtet, eben alle Farben mal so gesehen habt. Der Ton ist auf jeden Fall sehr, sehr schön pigmentiert. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ein richtig schönes, kühles, dunkles Braun halt, ne? Was man auch noch dazu sagen muss, bei den Pat McGrath Paletten habt ihr weniger Matttöne als Schimmertöne drin. Ich meine, das kann man hier auch ganz gut sehen. Das einzige, oder die einzigen Mattentöne sind der Schwarztöne, der dunkelbraune Ton und der hellbraune Ton. Und der Rest sind alles Schimmertöne. Also die Pat McGrath Paletten kauft man eigentlich so für die Schimmertöne, um es mal so zu sagen. Und vor allem halt auch für diese Topper, weil die so unglaublich außergewöhnlich halt auch sind, ne? So. Das hat schön funktioniert. Wie gesagt, ich möchte es da heute ein bisschen einfacher halten. Nehme den jetzt nochmal und gehe mit nochmal ein bisschen Produkt hier so drüber. Um das alles noch ein bisschen schöner zu verblenden. Und ich habe mir halt damals auch die Palette ausgesucht, weil sie zum einen eben kühlerstichig ist, was halt genau meins ist. Und weil hier halt auch matte Shades drin sind, mit denen man einen Look fabrizieren kann, ne? Ihr habt einen hellbraun, ihr habt einen dunkelbraun und falls ihr noch mehr verdunkeln wollt, einen schwarz. In vielen von den Pat McGrath Paletten sind halt für mich so matte Töne drin, mit denen ich persönlich jetzt nicht so viel anfangen könnte, finde ich. Außer man will jetzt so richtig artistische Looks kreieren, aber das bin halt einfach nicht ich. Und das war für mich die Palette, mit der ich mir halt vorstellen könnte, dass sie so die Palette ist, die ich brauche. Ihr habt eben schöne matte Töne, mit denen ihr was Einfaches zaubern könnt. Ihr habt aber auch tolle Schimmertöne drin. Und das Blau, sind wir mal ehrlich, ist einfach eine unglaubliche Augenweide. Also ja, deshalb habe ich mir damals halt die hier gekauft, anstatt die anderen. Ich glaube, ich würde gerne in den Schimmerton reingehen, um den auf dem Auge mal zu sehen. Wie gesagt, je nachdem, wie ihr den ins Licht haltet, ist er halt entweder blau oder lila. Und den gebe ich mir mal aufs Auge. Ich mache jetzt mit Absicht nichts mit dem Blau, weil der Liquid Lipstick, den ich nachher auftragen würde, würde einfach gar nicht dazu passen. Da würde ich auch sehen wie ein Clown dann. Deshalb mache ich jetzt nichts mit diesem extremen Blau, aber ich zeige es euch natürlich noch geswatcht. Weil ich will ja trotzdem einen schönen Look haben. Und ihr seht es jetzt, glaube ich, auf dem Auge auch ganz gut, oder? Kann man es erkennen? Ich kann das nicht zumachen beim Blinzeln, aber ich glaube, man sieht es ganz gut, wie vielfältig der Ton ist. Und wenn ich jetzt so in den Spiegel schaue, ist er halt lila. Wenn man sich aber anders ins Licht dreht, reflektiert er halt einfach blau. Und solche Shades finde ich halt einfach unglaublich cool, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt was Außergewöhnliches. Und das sind dann die Schimmertöne nochmal geswatcht. Ihr habt eben auch so natürliche, normale Schimmertöne mit drinnen, wenn ihr jetzt nicht sowas aufs Auge bringen wollt. Das ist der, den ich auf dem Auge habe. Ich meine, ihr seht jetzt schon den Unterschied. Also er wirkt immer anders. Das ist der weiße Ton, der aber auch so einen richtig schönen, jetzt sieht man es, glaube ich, besser, so einen Blauschimmer mit drin hat. Und ja, dann habt ihr hier am Ende natürlich noch das schöne, knallige Blau. Also die Töne sind wirklich butterweich und ihr habt halt einfach wie so Special-Effekt-Töne hier mit drin. Deshalb ist die Palette auch was so Besonderes. Und ich bin unglaublich glücklich, dass ich sie habe, weil sie einfach wunderschön ist und ja, ich freue mich sehr, auch wenn sie sehr, sehr teuer ist. Das Wimperntusche habe ich mir dann auch gleich schon aufgegeben und zwar ist das die Cush Mascara von Milk. Die kostet 24 Euro, ist unglaublich schwer vom Packaging. Also damit könnte ich jetzt Gewichte stemmen. Stimmen, genau. Gewichte stemmen. Ja, vom Bürstchen her sieht sie so aus. Das hat meine Wimpern wirklich schön gemacht, muss ich sagen, aber ich habe Mascaras, die für mich mehr aus meinen Wimpern rausholen, als es jetzt die Cush Mascara tut. Also die würde ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Natürlich werde ich sie jetzt benutzen, weil ich sie habe, aber ich habe Mascara, die meine Wimpern einfach immer nochmal ein Stückchen voluminöser und länger macht. Die ist in Ordnung, aber es gibt bessere. Dann kommen wir zu meinem Lippenprodukt und da habe ich auch was ganz Besonderes, auch wieder von meinem Mann geschenkt bekommen. Und zwar ist das von Louboutin. Ich habe es auch in der Verpackung gelassen. Ein Liquid Lipstick oder, ja, eigentlich ist es nicht ein Liquid Lipstick, sondern es ist eher wie so ein Gloss mit sehr, sehr viel Pigment. Ja, auch wieder was sehr, sehr Spezielles. Also, aus der Verpackung rausholen. Und ihr habt hier an dem Ding wie so ein Schmürsenkel dran, damit ihr euch das umhängen könnt oder keine Ahnung. Und so sieht es aus. Ja, ist wie so ein Ornament für den Weihnachtsbaum, finde ich. Also daran erinnert es mich jetzt persönlich. Und ist halt wieder auch was ganz Spezielles. Das Ding kostet sage und schreibe 72 Euro. Als ich das vorher nachgeguckt habe, weil ich wusste ja nicht, was es kostet, weil es mir mein Mann geschenkt hat, bin ich leicht vom Stuhl gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da muss ich ihn auch nochmal dafür, dass er mir so was Teures schenkt. Aber ich freue mich natürlich, dass ich es habe. Und das ist eben auch das berühmte Louboutin Rot, was sozusagen immer auf der Sohle ist. Deshalb hat er mir das gekauft. Ja, ihr habt so einen ganz kleinen Applikator dran. Und ich würde sagen, ich gebe mir das mal auf. Es ist halt auch hier wieder sehr, sehr stark parfümiert natürlich. Wieso tue ich mir das an, zu reden, während ich es auftrage. Ich trage es kurz auf und erzähle euch dann was drüber. Und das ist er dann aufgetragen. Also er ist unglaublich stark parfümiert. Ich habe das Gefühl, das raubt mir auch so ein bisschen die Luft irgendwie. Ja, es ist was ganz Besonderes. Ich bin jetzt nicht so der... Ich trage gerne mal rote Lippen, ja. Aber dann muss es matt sein und das ist halt ein Gloss. Es ist die ganze Zeit, bleibt es auch so sticky auf den Lippen. Also es ist nicht das angenehmste Produkt zu tragen, muss ich sagen. Da mag ich meine Liquid Lipsticks oder meine sonstigen Glosse lieber. Weil ich, ja, wie gesagt, ich trage gerne rote Lippen, aber dann muss es halt matt sein. Und wenn ich ein Gloss trage, mag ich es auch gerne, dass es nicht so doll pigmentiert ist. Ich hätte mir den selber nie gekauft, weil es halt so nicht mein Style ist. Aber ich finde, das ist einfach ein ganz arg schönes Produkt, so wie es aussieht. Es ist was ganz Besonderes und ich bin froh auch, dass ich ihn habe, weil zu speziellen Anlässen kann man es ja doch auch mal immer so tragen. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, dafür gebe ich jetzt 72 Euro aus. Ja, aber wie gesagt, ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar dafür und freue mich, dass es in meiner Sammlung ist. Ja, das ist dann der fertige Look und jetzt ratet doch mal in den Kommentaren, was hat das alles zusammen gekostet? Ich gebe euch jetzt kurz Zeit, ihr schreibt es mir in die Kommentare und dann bin ich mal gespannt, ob ihr wirklich richtig lagt. Ja, ich habe es gerade ausgerechnet, ich bin ein bisschen baff. Es sind nämlich 705 Euro. Das alles hat einfach 705 Euro zusammen gekostet. Leute, sind wir ehrlich, okay? Man muss nicht so viel Geld für Make-up ausgeben. Einige der Produkte sind ihren Preis auch nicht wert. Da kriegt ihr günstigere Alternativen in der Drogerie. Das sage ich euch ganz klar. Ich bin echt überrascht, dass sich das so aufgestapelt hat im Preis. Und mir tut es auch ein bisschen im Herzen weh. Aber ja, ich möchte auch nochmal dazu sagen, ich mache das jetzt hier nicht, um anzugeben mit den Produkten, was für teure Schminke ich mir leisten kann. Weil so ist es nicht. Ich fand es einfach mal interessant, sich wirklich mal vor Augen zu halten, wie sich das alles aufsummiert, was wir uns da ins Gesicht schmieren. Das muss man sich auch einfach manchmal bewusst machen. Und die Drogerie kann genauso viel, wenn nicht in manchen Bereichen sogar viel, viel mehr als jetzt diese High-End-Produkte. Also lasst euch das auch nochmal so auf der Zunge zergehen. Ihr müsst nicht so viel Geld für Make-up ausgeben. Drogerie-Produkte sind genauso gut. Und wir brauchen auch nicht fünf verschiedene Puder und hundert verschiedene Liquid Lipsticks in unserer Sammlung. Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Also ich möchte das jetzt nicht machen, hier oben anzugeben. So ist es absolut nicht. Sondern ich habe mir jetzt auch gerade mal wieder selber damit bewusst gemacht, wie teuer das Ganze eigentlich ist. Und was ich mit 705 Euro alles hätte anfangen können. Ich hätte davon in den Urlaub fliegen können. Also es ist schon heftig, wenn man sich das so vor Augen hält. Wirklich echt krass. Ja, es ist halt einfach krass, sich das mal so vor Augen zu führen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!